Hallo, meine Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es ausnahmsweise mal wieder um die Cheater-Thematik. Ich weiß, wir haben länger nichts mehr dazu gehabt. Bislang hatte ich ja nur die Datenlage aus den Streams, also ich konnte da sagen, wie unsere Spiele ablaufen. Wenig Cheater, viele Cheater, gar keine Cheater. Darüber hinaus ging es aber nicht. Jetzt habe ich euch aber vor, ich glaube, zwei oder drei Wochen, in einem Video gefragt, wie es bei euch, wie es bei dir läuft. Hast du mehr Cheater als sonst? Weniger Cheater als sonst? Ist es schlimmer? Genauso wie davor? War es schon immer wenig bei dir und so weiter und so fort? Um auch in der Hinsicht mal so ein bisschen Datenlage aufbauen zu können. Und nun folgt das Ergebnis dieser Umfrage. Let's go! Ich will einfach nur sorry sagen. Leider kein GTA. Für die Auswertung habe ich eure Kommentare in vier Kategorien unterteilt, wobei eigentlich nur zwei relevant davon sind. Und zwar einmal die legit-Seite, beziehungsweise es ist gut oder besser. Dann die unlegit-Seite, es ist schlimm oder noch schlimmer, was Cheater angeht. Dann einmal die, die sich mehr oder weniger enthalten haben, beziehungsweise nicht in die ersten beiden gefallen sind. Und am Ende hatte ich noch, also musste ich eigentlich noch eine vierte Sache einführen, und zwar dämliche Antworten. Das waren aber auch nur zwei, keine Sorge. Das waren Sachen, die, ja, die haben nirgendwo anders reingepasst, weil es einfach bescheuert war. Wir hatten unter dem Video 187 oder 184 Kommentare, wobei ich nur 162 ausgewertet habe. Und zwar die cleanen, die klaren Kommentare. Ich bin nicht in die Antworten, zu Antworten, zu Antworten reingegangen, waren ja auch nicht arg viele, sondern habe nur die einzelnen Kommentare mir alle durchgelesen und dann eben einsortiert in dieses Schema. Insgesamt sind es, wie gesagt, 162 überprüfte Kommentare. Zwei davon fallen in die Kategorie dumm oder dämlich. Also das war, also zum Beispiel jemand, der den anderen abspricht, ob sie Cheater erkennen oder nicht. Das ist halt irgendwie so. Dann haben wir 30 Kommentare, die in den Bereich, naja, gefallen sind. Also nichts Aussagekräftiges. Manche schreiben halt, ja gut, ich spiele nur auf Faceit, ich weiß nicht, wie es ist. Auf Faceit ist alles cool. Die Sachen habe ich nicht mit reingenommen. Ich habe ja im speziellen Premiere Matchmaking, Counter-Strike halt gefragt, nicht extern Faceit, E-Sportel und so weiter. Da fallen noch andere Kommentare rein, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben, wie das Daira in Keck sei zum Beispiel und andere Geschichten. Also da fallen 30 Kommentare rein. 37 Kommentierende haben geschrieben, dass es schlecht ist oder sogar noch schlimmer geworden ist. Und der letzte Bereich ist der Legit-Bereich. Da fallen 93 Kommentare oder Kommentierende rein. Also 93 Leute haben geschrieben, dass es bei ihnen gut oder noch besser ist, als es davor war. Manch einer hat es sogar geschrieben, er weiß gar nicht mehr, wann der letzte Cheater bei ihm überhaupt aufgetaucht ist. Das Ergebnis ist also jetzt bereits relativ offensichtlich. 57,4% haben geschrieben, dass es gut ist oder noch besser geworden ist. 22,8% haben geschrieben, dass es kacke oder schlimmer geworden ist. 18,5% haben sich nicht dazu geäußert zu dem Thema. Und 1,2% sind dämlich. Bevor wir jetzt gleich an die Klärung der sicherlich aufkommenden Frage, warum sind da trotzdem so große Diskrepanzen, gehen. Ganz kurz drei Kommentare, die ich mir rausgeschrieben habe, die ich einfach so in den Raum schmeißen wollte. Erstens, Premium und Faceit voll mit Cheatern. Zweitens, ich weiß nicht mal, wann ich den letzten Cheater gehabt habe. Das habe ich ja eben schon gesagt. Und drittens, die Leute wissen, wo man ist. Ich habe aber auch erst angefangen, also bin low. Das waren jetzt keine 1 zu 1 Quotes, aber das sind die Sachen, die mir aus den Kommentaren am ehesten hängen geblieben sind. Natürlich an der Stelle ein riesen Dankeschön an alle, die hier mitgemacht haben, die dort kommentiert haben, aber grundsätzlich auch kommentieren. Vielen, vielen Dank. Wegen euch macht mir die ganze Sache so viel Spaß, weil ich eure Rückmeldung habe. Ich weiß, ich antworte nicht mehr. Ich antworte nur noch kaum, weil es halt so viele Kommentare sind. Also wie gesagt, das Video hatte alleine 180 oder sowas insgesamt. Ihr seid einfach kracher. Dankeschön. Kurz zu diesen drei Einwürfen. Es gibt die sehr verhärteten Fälle, die sagen, alles ist voll vercheatet. Ich spiele Premiere, 10 von 10 Spiele Cheater. Matchpacking, 10 von 10 Spiele Cheater. Faceit, 10 von 10 Spiele Cheater. Ich behaupte einfach mal, dass das sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Dass immer und auch auf jeder Plattform Cheater drin sind. Es mag vielleicht so wirken für den einen oder anderen und sicherlich passiert das bei vielen auch, dass sie 5, 6, 7, 8, 9 Premierspiele spielen und ständig sind Cheater drin. Das will ich niemandem absprechen. Aber das ist, finde ich, krass, wenn jemand sagt, ich spiele E-Sportal, alles vercheatet, ich spiele Faceit. E-Sportal wird nicht genannt, nur Faceit, aber trotzdem. So jemand, der auf Matchpacking, Premiere und Faceit in jedem Spiel Cheater hat, der hat wahrscheinlich auch auf 19er Damage, wobei es das nicht mehr gibt, E-Sportal und so weiter, auch überall Cheater. Ihr wisst, was ich meine, der sieht überall Cheater. Das gleiche Phänomen gibt es sicherlich auch in die andere Richtung, aber viel seltener. Also Leute, die sagen, ich habe nie Cheater, egal wo ich spiele, unranked, ohne Prime, gehe ich rein und es ist doch ganz normal, dass sich Leute drehen. Wahrscheinlich gibt es Phänomen auch, aber ich denke, es ist so unglaublich winzig, dass es eigentlich nicht zu beachten ist. Natürlich haben mich Kommentare gefreut, in denen Leute geschrieben haben, dass sie schon gar nicht mehr wissen, wann sie den letzten Cheater getroffen haben. Das ist eine geile Meile. Und vor allem der letzte Kommentar, das war nur einer, der in die Richtung geschrieben hat, beziehungsweise, ich glaube, ein paar haben es so angedeutet, der Gedanke bei der letzten Sache ist der, dass die Leute so ehrlich mit sich selbst sind und sagen, hey, ja, ich spiele Spiele und manchmal kommt mir das ein bisschen komisch vor, was die Gegner machen. Sie wissen irgendwie, wo ich bin und raffen das Spiel so gut, aber ich habe auch erst angefangen. Oder aber ich bin gar nicht so gut oder ich spiele auf, was weiß ich, 3000 Elo oder so. Das heißt, man lässt direkt die Möglichkeit offen, für Außenstehende, die das lesen, ja, dass sie möglicherweise gar nicht wissen, wie gut ein Spieler überhaupt sein kann und trotzdem noch legit ist. Ich glaube, diese Ehrlichkeit fehlt vielen. Es ist natürlich auch viel einfacher zu sagen, ja, die haben an, anstatt zu sagen, nee, ich bin einfach nur Scheiße. Aber ja, das hat mir sehr gut gefallen, dass das mit dazu geschrieben wurde. Finde ich sehr, sehr gut. Kommen wir jetzt aber zur Frage, wie kann es sein, dass 93 Leute sagen, es ist gut oder noch besser geworden oder sogar, ich weiß gar nicht mehr, wann ich den letzten Cheater getroffen habe und 37 Leute von schweren bis mittelschweren Cheatverhältnissen sprechen. Also woran liegt es, dass die Leute so unterschiedliche Erfahrungen machen? Das sind drei große Punkte, an denen das liegt. Erstens, und das ist der allerwichtigste, der Rang. Wenn du 20.000 Elo oder mehr hast, dann wirst du einfach öfter auf Cheater treffen. Da oben kann der Trust Faktor nicht gut funktionieren. Ich habe schon mal ein ganzes Video extra darüber gemacht, warum. Der Trust Faktor dort nicht gut funktioniert. Wenn du unter 20.000 Elo bespielst, dann hast du, je niedriger du bist, immer einfachere Spiele. Weil der Trust Faktor gerade da, wo sich sehr viele Spieler tummeln, also sprich auch sehr viele Legends tummeln, da kann er am besten funktionieren. Und die meisten Cheater treibt es logischerweise auch nach oben. Die sammeln sich oben, weil unten ist keine Competition. Sie machen alle um, steigen auf und sammeln sich in großen Massen oben in den höheren Skalen der Ränge. Grund Nummer 1, warum diese große Diskrepanz auftaucht, also wie gesagt, die Ränge. Grund Nummer 2, die Trust Faktoren. Es gibt Leute, die haben so fürchterliche Steam Accounts, beziehungsweise haben so ein schlechtes Benehmen in-Game, dass sie halt sehr, sehr oft reportet werden. Zum Beispiel. Und wenn du in jedem Spiel reportet wirst, weil du ein Lurch bist oder rein Smurfst, dann brauchst du dich nicht zu wundern, dass du eben öfter auf Cheater triffst, weil du dann immer mehr gegen die Leute gequeet wirst, die auch so einen schlechten Trust Faktor haben wie du. Und das sind nun mal meistens Cheater. Oder andere Smurfer, wenn dein Steam Account schon aussieht wie der von einem Cheater, also diese typischen Accounts, wenn man reinklickt im Vorfeld vor dem Spiel und denkt, oh mein Gott, der hat wahrscheinlich an. Wenn dein Account genau so einer ist, dann kannst du schon grundsätzlich davon ausgehen, dass dein Trust Faktor halt nicht so gut sein wird, weil sicherlich auch viele Leute genau das denken. Oh Gott, der ist Steam Level 3 und hat nur Counter-Strike. Och du Scheiße. Das ist halt so ein typischer Zweit-Wegwerf-Account, auch ein Smurf-Account zum Beispiel. Das haben wiederum auch einige geschrieben, aber nicht unter dem Video. Dass Leute schreiben, ja auf meinem Main ist alles cool, aber wenn ich mit meinem Case-Farming-Account, mit meinem Zweit- und Dritt-Account reingehe, kriege ich sehr oft Cheater. Das ist nicht verwunderlich, aus den eben genannten Gründen. Ranked und Trust Faktor haben wir also schon mal abgehakt. Das ist weit über die Hälfte, würde ich sagen, an Begründung, warum wir diesen großen Unterschied haben. Wenn du auf 12.000 Elo spielst mit einem sehr guten Trust Faktor, dann wirst du eigentlich keine Cheater haben. Und wenn dann halt welche, die du vielleicht gar nicht erkennst, die du gar nicht feststellst, du spielst, rein gewinnst, hui geil, nächstes Spiel. Wenn du aber auf 19.000 Elo spielst und dein Trust Faktor hingeschissen ist, schlecht. Mit einem guten Trust Faktor kann man da sicherlich noch ganz entspannt spielen. Man sieht es ja bei uns in den Streams, unsere Rank-Spanne, ich bin etwas gefallen, ist vor allem in den High-Games so bei 17.000, 18.000, 19.000. Mal haben wir auch einen 20.000er dabei, aber das ist schon recht selten. Da ist aber alles clean. Also in den Streams wohlgemerkt. Wenn der 20.000er alleine queet. Ich frage die Leute mit hohem Rang ganz, ganz oft, Kirby zum Beispiel, wie es bei ihm ist. Und er sagt, Gottes Willen, wenn ich alleine spiele, Cheater. Bei euch scheinen wir Glück zu haben, da sind keine, aber wenn ich alleine reinsuche, habe ich öfter mal Cheater. Unter dem genannten Video, aus dem ich diese Datenlage habe, hat übrigens auch einer geschrieben, es war früher schlimm für ihn, dann hat er weniger gespielt und er ist jetzt dann nur noch in den Streams dabei. Und da sind halt keine. Den habe ich übrigens auch bei Legit reingepackt, weil er halt Legit auf keine Cheater mehr trifft. Da er bei uns hat mitspielt, seine eigene Aussage. Ja, und der dritte und letzte Grund ist der, der halt am meisten weh tut. Und zwar, das ist halt der Skill oder Skill Issue, wie man so gerne sagt. Das sehen wir in den Streams sehr, sehr oft. Also, wir haben zwar so gut wie nie Cheater bei uns in den Streams. Was wir aber sehr oft haben, ich würde sagen, mindestens einmal im Stream, ist, dass wir als Cheater beschuldigt werden. Also, wir kennen die andere Seite des Spektrums, dass du immer wieder gesagt bekommst, du hättest an, dabei hast du gar nicht an. Das passiert leider sehr, sehr oft und wenn du mit so jemandem sprichst, vor allem ingame noch und sagst, hey, ich hab nicht an, dann winken die natürlich ab und sagen, äh, natürlich, das wird doch jeder Cheater sagen. Letzte Woche zum Beispiel hat das sogar mal wieder den Rentner getroffen. War wohlgemerkt in einem Low Game, also da zähle ich auf jeden Fall auch als Smurfer. Nichtsdestotrotz hieß es vom Gegnerteam, ich hätte an, zu 100% würde ich ganz Obviers reinsheaten. Ja, das ist halt irgendwie dumm dann, ne? Also nicht, dass die Leute dumm sind. Es ist blöd, dass das Counter-Strike diesen Ruf, selbstverschuldet natürlich, ja hat. Das haben unter anderem auch viele geschrieben. Dass das Gefühl, äh, ist irgendwie komisch, ja trotzdem da ist. Und das ist ja kein Gefühl, das man einfach aus dem Nichts hat, sondern das liegt ja daran, weil Counter-Strike so verschissen, vercheatet war, nach wie vor auch noch ist für viele, ja. Zum Glück zumindest in unserer Datenerhebung nur noch für einen kleineren Teil, aber trotzdem. Diesen Ruf wird Counter-Strike erstmal nicht verlieren, das ist ja selbst in die Hose geschissen von Counter-Strike. Das heißt, auch wenn du auf keine Cheater triffst, hast du trotzdem oft Momente, in denen dann manch einer denkt, mhm, hat der vielleicht auch an. Gerade weil man so geplagt war in der Vergangenheit, und das dauert sehr lange, bis das weggeht, haben auch viele geschrieben, dass das ja an Counter-Strike selbst liegt. Dass man selbst bei Legits glaubt, sie hätten an, alleine der, alleine das Wort Legit-Cheater ist ja schon, äh, ist fürchterlich. Eigentlich, wenn man's bedenkt, was es psychisch mit einem macht, ist es fürchterlich, weil man mit diesem Terminus, ähm, Tür und Tor öffnet, der Gedanken, ähm, dass jeder anhat. Weil Legit-Cheating fertig, das ist die einzige Erklärung. Und damit ist es ja in Theorie auch erklärt, ne, also, pfff, nur, nur damit, äh, ja, gibt es praktisch keine Unterscheidung mehr. Man könnte grundsätzlich immer sagen, jeder einzelne Spieler hat an, immer, mit diesem Wort. Deswegen schmeißen wir's auch direkt wieder über die Schulter weg damit. Ja, das sind die drei Gründe. Rank, Trust-Faktor und halt, Skill-Issue. Und letzteres klingt wirklich fies, ich weiß, es ist so viel angenehmer zu sagen, die haben an. Anstatt sich einzugestehen, dass man halt, nicht zwingt, dass man scheiße ist, aber dass halt die anderen besser sind. Wir haben das in den Streams ja sehr, sehr oft, diese schmerzliche Erkenntnis, dass, ähm, ja, dass wir, dass wir halt einfach gerade scheiße sind. Und deswegen verlieren. Viel angenehmer, das sag ich auch tatsächlich nicht selten, ist es, finde zumindest ich, wenn man gegen bessere verliert. Weil dann weiß ich zumindest, okay, gut, die waren halt besser, dann haben wir halt verloren, was soll's. Wenn man aber eigentlich so, ich sag mal, gleich auf ist, aber halt dämlich spielt, so von wegen, okay, wir haben drei Kills auf B, kommt alle drauf, man ist noch zu viert als T, alle stehen auf B, gucken sich um, wo ist die Bombe? Am Spawn. Oh, da kannst du so gut sein, wie du möchtest. Die letzten zwei Cities sind bei der Bombe, du hast noch 40 Sekunden Zeit. Du bist zwar zu viert, aber man schießt sich selbst da mit ein Riesenloch ins Bein. Ja, das sind dann sehr bittere Spiele, die man eigentlich hätte gewinnen können, wenn man nicht dumm wäre. Die Auswertung hat, wie gesagt, folgendes ergeben, ich lese es einfach nochmal vor. 57,4 Prozent der Kommentierenden schreiben, dass es sehr gut ist oder noch besser geworden ist als davor, was die Cheater angeht, also dass es weniger geworden sind. 22,8 Prozent sagen, es ist schlimm oder noch schlimmer als davor. 18,5 Prozent sagen Dinge, die nicht zu der Thematik gepasst haben und ja, 1,2 Prozent sind halt ein bisschen dämlich. Letzteres waren, wie gesagt, zwei Kommentare. Da hat einer zum Beispiel geschrieben, dass jeder, der sagt, dass er keine Cheater oder wenig Cheater hat, halt dämlich ist, er das nicht erkennen kann, weil es werden ja überall Cheater. Und du merkst halt direkt, was ist hier los? So was zu sagen, ist generell dämlich. Es geht ja grundsätzlich um diese Erkenntnisse, die die einzelnen Leute persönlich für sich gemacht haben. Und es ist sehr schwer, jemandem so was abzusprechen. Natürlich gibt es da Extreme. Ich habe immer Cheater, ich habe nie Cheater. Ich habe vorhin ja das eine Beispiel genannt bei dem einen, bei dem Faceit genauso verschieden ist wie Premier Matchback und so weiter und so fort. Man kann natürlich, wenn man möchte, daran zweifeln, aber ich finde, man sollte niemandem das Recht absprechen, zu urteilen, wie die eigenen Spiele laufen. Vor allem, weil es in beide Richtungen geht. Es kann auch jemand kommentieren, alle, die Cheater haben, sind dämlich, weil es gibt ja keine. Es ist, wie gesagt, die deutlich kleiner, vertretenere Sicht, seltener vertretene Sicht, aber man würde es mit der gleichen Berechtigung oder mit der gleichen Richtigkeit sagen wie die andere Richtung. Das Ergebnis der Umfrage hat mich, wie gesagt, sehr gefreut, denn gerade Anfang des Jahres zum Beispiel, ein halbes Jahr zurück, war es umgedreht. Da waren es so circa 60 Prozent der Leute, die gesagt haben, ist das ein sehr, sehr schlimmer Moment und nur ein kleiner Teil hat gemeint, ach, so wild ist es doch gar nicht. Und jetzt ist es einfach umgedreht. Das ist, ja, freut mich. Falls nach dem 18.07.2024 um 13.57 Uhr noch Antworten bzw. Kommentare unter dem Video mit der Auswertung getätigt werden oder wurden, sind die hier nicht mit eingeflossen ins Video. Weil jetzt gerade habe ich das Video fertig gemacht, die Erhebung habe ich vor einer Stunde oder sowas gemacht. Ich glaube, zwischendurch gab es keine neuen Kommentare mehr. Also ja, wer sich da jetzt nicht repräsentiert fühlt, I'm sorry, wenn man da zu spät war. Aber ich habe jetzt zwei Wochen gewartet oder drei. Ich denke, das ist erstmal nicht schlecht. Jetzt machen wir das Giveaway. Ich erwähne den Livestream gleich und dann noch eine kleine Anekdote bezüglich, oh, es gibt irgendwie gar keine Cheater mehr. So, zu allererst ganz kurz eine Stream-Ankündigung. Heute gibt es für euch eine StatTrak AK47 Ice Code im Livestream zu gewinnen. Der ist jetzt gerade live. Kommt gerne rein. Wir spielen auf eSportal und haben ganz viel Spaß. Link ist in der Beschreibung. Hier im Video haben wir auch was sehr Schönes raus und zwar eine AK47 Slate in Minimalware. Sehr, sehr schön clean. Da könnt ihr drauf bappen, was ihr wollt. Ist ein perfekter Untergrund für Stickerkrafts. Hier macht man ganz einfach mit, indem man Folgendes beantwortet. Und zwar, hat dir diese, ja, Datenauswertung gefallen? Findest du sowas interessant, wenn ich so in Richtung Cheater oder auch mal was anderes frage und dann wiederum ein Follow-up-Video mache, in dem ich dann aufzeige oder vielmehr, ja, erkläre, wie die ganze Sache so ausgegangen ist? Fandest du das gut oder sagst du, naja, Cock? Haut's in die Kommentare und dann kommt jetzt zum Ende hin noch eine kleine Anekdote, eine Mini-Story bezüglich Cheater. Und zwar, diesen Dienstag vor zwei Tagen lief es wieder sehr, sehr gut bei uns. Wir haben endlich wieder einige Wins einfahren können. Es war ein geiler Stream. Und ich habe dann nach acht oder neun Spielen, alle auch wieder komplett clean, keine Cheater, einfach geile Meile, habe ich sie in den Stream reingefragt, ob es überhaupt aktuell noch die Problematik mit den Cheatern gibt. Ich höre nichts mehr davon. Ich habe auch diesbezüglich lange kein Video mehr gemacht, weil es dazu gerade keine Infos gibt. Und wenn dann nur, ja, ist nichts mehr oder sind weniger geworden, wie auch immer. Es kommt niemand mehr auf mich zu, von wegen, oh, es ist so schlimm und pipapo. Und da habe ich einfach so casual reingefragt, wie ist es, ne? Und dann hieß es halt auch, ja, naja, die einen sagen so, die anderen sagen so, aber insgesamt scheint es sehr ruhig zu sein. Auch wenn man bei den großen YouTubern reinguckt, heißt es, es ist auf jeden Fall spielbar geworden. Trilux hat gerade vor kurzem mir angekündigt, dass er jetzt der gerade aktuell weggeht und er hat diesen Videotitel Ich höre mit Counter-Strike aufgenommen, um so ein bisschen zu baiten. Und daran hat er auch gesagt, ja, es ist auf jeden Fall besser geworden, macht wieder Spaß, aber jetzt geht er in die Schweiz oder so. Also overall scheint es ziemlich chillig zu sein und ich habe das halt so zum Thema ganz kurz gemacht. Und ja, dann sind wir in ein letztes Spiel reingegangen und haben unter anderem Shinimoto mit dabei gehabt. Ich habe gesagt, komm auf, mach mit, ist egal. Egal, was du sagst, spiel mit. Und Cheney ist jemand, der spielt auf 23.000 Elo und hat nach eigenen Aussagen einen sehr, sehr schlechten Trust-Faktor. Er hat immer, wenn ich gesagt habe, mach doch bitte mit, nein gesagt, denn er möchte nicht, dass wir gegen Cheater spielen. Denn wenn er mitspielt, haben wir auch Cheater, so seine Aussage. Ich habe gesagt, ach was, komm rein. Ja, und dann haben wir am Dienstag ein absolut vercheatetes Spiel gehabt, das letzte. Bereits im Warm-up kommt einer angesprungen und killt uns. Also tatsächlich haben wir den letzten Cheater am Dienstag und den letzten davor Februar oder März. Ich bin mir schon gar nicht mehr sicher. Also ja, wir haben sogar drei Leute, die sich auch eher raushalten, die nicht mehr so mitspielen. Weil, ja, weil sie wissen, wenn wir mit ihnen spielen, haben wir Cheater. Wenn wir ohne sie spielen, haben wir keine. Und das ist eben einmal Schenny, der hat jetzt das erste Mal mitgespielt und hat dann praktisch sowas gesagt wie, ich hab's euch doch gesagt. Hä? Er hat schon mitgespielt, aber halt auf eSportel. Da waren dann natürlich keine Cheater dabei. Aber ja, das war das erste Mal, dass er im Premier mit dabei war. Und er hat nicht zu viel versprochen. Sofort. Das erste Spiel mit ihm, Boom, Spinboard. Ein anderer Kandidat, der gerne mal Cheater anlockt, also nicht gerne, aber der sie halt anlockt, ist Babo Phoenix. Er hat gerade an dem Tag auch geschrieben, er spielt gerne mit zwei anderen, mit seinen Kumpels halt zusammen. Das sind auch Zuschauer von mir, Redi und Ajax. Und wenn die beiden unter sich spielen, haben sie wohl sehr selten Cheater. Wenn Babo Phoenix dabei ist, haben sie sehr, sehr, sehr oft Cheater. Und das stört ihn halt, ne? Das nervt ihn, weil er will mit ihnen spielen, aber es geht nicht. Beziehungsweise sie machen es trotzdem, aber sie haben halt dann immer Cheater, wenn er dabei ist. Oder oft, wenn er nicht dabei ist, dann haben sie keine. Wir haben noch einen dritten, bei dem war es schlecht, weil er einen sehr schlechten Trust-Faktor hatte. Auch einen, wo man die Meldung bekommen hat. Achtung, das Spiel könnte sich signifikant verschlechtern, weil hier jemand mitspielt, der einen sehr schlechten Trust-Faktor hat. Er war lange, lange nicht mehr dabei, vielleicht deswegen. Möglicherweise ist ein Trust-Faktor jetzt besser, das weiß ich nicht. Aber mit ihm haben wir halt auch, also das war auch so ein Spiel. Er kam rein, ich drücke auf die Suche, gelbe Meldung. Und ich sage direkt, oh Leute, wahrscheinlich spielen wir jetzt gegen mindestens einen Cheater oder sogar mehr. Wollt ihr wirklich mitspielen? Ja, 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 okay. Wir haben also bei uns drei Kandidaten, die gerne mal Cheater mitbringen. Die drei spielen eigentlich nie mit. Ich nehme an, aus dem Grund, ich will überhaupt niemanden rausekeln. Natürlich ist das eine Problematik, wenn du die Entscheidung praktisch vor einem Spiel treffen kannst. Dann will ich jetzt clean spielen, so wie immer. Oder will ich mal wieder auf einen Cheater treffen? Aufkommen! Zum Glück zerfällt diese Problematik sofort, wenn wir extern spielen. Wenn wir auf eSportl zum Beispiel spielen, das ist ein Partner von mir, dann haben wir dann natürlich keine Cheater. Auch wenn die Jungs mitspielen. Und schließend sage ich noch Folgendes dazu. Natürlich ist der Zustand nach wie vor sehr, sehr kacke, den Counter-Strike uns aufzwingt. Vor allem den Leuten, die halt ständig umgemacht werden. Es hat nicht jeder Zeit, seinen Steam-Account fett auszubauen, ganz viele Spiele drauf zu haben, die anderen Spiele auch alle zu spielen. Also kurzum, es hat nicht jeder Zeit dafür, dass der Steam-Account nicht wie der von einem Cheater oder Smurfer aussieht. Manche spielen halt nur Counter-Strike und das war's. Ich hab mit Sperling darüber gesprochen und er meinte, sein Bruder zum Beispiel, der macht den PC nur an, um Counter-Strike zu spielen. Und macht ihn danach dann wieder aus. Sein Steam-Account sieht nun mal so aus, wie er ist, obwohl auch er sagt, dass die ganz, ganz selten nur noch Cheater haben. Also auch von ihm, das hab ich hier aber nicht mehr reinfließen lassen, ein Daumen nach oben, was im Moment die Cheater-Thematik angeht. Nichtsdestotrotz ist es blöd geregelt. Der Trust-Faktor ist sicherlich sehr gut für einen Großteil der Steam-Community. Es gibt aber nun mal einen nicht gerade unerheblich kleinen oder großen Teil der Community, die eben nicht damit klarkommt. Die haben halt nicht genug Zeit. Und dann kommt oft bei diesen Leuten hinzu, dass sie mit Mates spielen wollen, komme was da wolle. Das heißt, sie spielen deutlich unter ihrem Rank. Wie bei Babo zum Beispiel, der spielt mit unter 10.000 Elo unter seinem Rank oder Babo, würde ich mal so behaupten. Und 10.000 Elo, das ist sehr, sehr viel. Das heißt, man spielt dann da unten rum mit wahrscheinlich einem sowieso nicht so guten Trust-Faktor und wird dann auch noch jede Runde reported. Weil halt die Leute, die 10.000 Elo unter dir stehen, glauben, dass du anhast. Und das ist ein Teufelskreis. Also natürlich darf sich Counter-Strike auf keinen Fall auf dem Trust-Faktor ausruhen. Das Anti-Cheat muss unbedingt noch weiter verbessert werden, damit es auch für die Leute, die nicht genug Zeit haben, sich um ihren Trust-Faktor so Wunderbärchen zu kümmern, dass die trotzdem nicht umgemacht werden und eben auch cleane Games haben dürfen. Tja, das war es heute mal wieder etwas länger, aber dann könnt ihr ja länger lauschen. Beim letzten Mal habe ich übrigens die Musik vergessen, hat sich aber niemand drüber beschwert. Also vielleicht, nur vielleicht, lasse ich die Hintergrundmusik, äh, ne, hier mache ich es auf jeden Fall wieder dazu, glaube ich. Die wahren OGs, die bis hierher noch schauen und vor allem hören, können das auch gerne in ihren Kommentaren mit hinzufügen und mir darauf antworten. Auf die Frage Hintergrundmusik, ist die wichtig? Ich finde sie eigentlich schon wichtig. Ein Vorteil, wenn ich keine Hintergrundmusik habe, ist folgender. Ihr könnt, während ihr das Video hört, äh, Musik hören und es beißt sich nicht. Wenn ich aber selbst Musik einbaue, dann kann man wahrscheinlich nicht nebendran halt noch andere Musik hören oder ein Spiel spielen, in dem Hintergrundmusik ist. Da müsste man die Musik wahrscheinlich wegschalten. Das ist nicht so merkwürdig, ne, wenn man zwei Titel laufen lässt, das kennt man ja, das klingt dumm. Äh, haut das ruhig mal in die Kommentare. Ich bin's auf jeden Fall gewohnt, meine, ähm, ich nenn die immer Chillmusik, diese, diese, diese Chillmusik halt im Hintergrund reinzumachen. Das ist für mich eigentlich absoluter Standard. Haut's ruhig auch mal noch dazu. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vielen Dank für die Kommentare und die Likes. Wir sehen uns jetzt gleich im Livestream. 18 Uhr geht's wieder weiter. Denkt dran, giveaway dort und, äh, bis gleich. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh mit deiner dicken, fette Mutter auf die Instagram-Messe.